Das sind sie, Chuck und Buck, die zwei kuscheligen Zwergkaninchen, sind zwei Zwergkaninchen-Männer, Mümmelmänner, also beide kastriert. Und sie wollen unbedingt gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen, weil sie sich schon zeitlebens kennen. Also wer hat ein warmes Plätzchen in der Wohnung, etwa drei Jahre alt sind die beiden, kerngesund und lieb, kennen nichts anderes als Wohnungshaltung, deswegen kann man die auch nicht wie vielleicht mit anderen Kaninchen einfach draußen halten. Es wäre schon gut, wenn es weiterhin drin gehen würde. Wer Lust hat auf Chuck und Buck, die zwei Zwergkaninchen und genügend Platz, der bekommt alle weiteren Infos gern im Tierheim in Filau.